Hallo und herzlich willkommen zurück zur theoretischen Informatik mit dem Lambda-Kalkül. Ja, was wir dieses Mal machen wollen, habe ich euch schon prophezeit. Hier will ich das Multiplizieren von zwei Zahlen. Ich werde wieder 2 und 2 benutzen. Und ja, genau das machen wir jetzt hier einfach mal. Ich sage hier, okay, ich packe erstmal ein paar Klauern drumherum, dass ich es nur einfach kopieren muss. So, n und m sind meine zwei Zahlen. Gut, ich mache hier mal ein bisschen Space rein, damit es auch klar wird. So, und jetzt kopiere ich diesen Teil hier, ganz einfach, in die neue Zeile und setze für n und m diese Zahl ein. So, na, das war das Falsche. Okay, ich sehe es ein, ich muss es nochmal kopieren. Gut, so. Ja, achso, ich habe euch noch gar nicht die Formel erklärt. Das ist nämlich hier m angewendet auf n, s. Also mehr ist es nicht. Ja, einfach als Praxis das Ganze reduzieren hier, dass wir das auch alles machen können. So. Jetzt gehen hier insgesamt eine Klammer auf, eine Klammer zu. Das heißt, wir können diesen hinteren Teil hier, hier vorne für unseren ersten Parameter einsetzen, wenn wir das wollen. Okay, wir können aber auch zuallererst mal hier schauen, und zwar hier diese Klammer geht bis da, und diese Klammer geht, ach, das schafft es einfach nicht. Also das ist diese Klammer hier, und das ist diese Klammer hier. So. Jetzt sagen wir hier, okay, wir setzen in diesem Term dieses s ein, dann haben wir es hier schon mal ein bisschen übersichtlicher. Okay. Gut, dann löschen wir doch das einfach mal und sagen, wir setzen s hier ein. Was passiert, wenn wir s einsetzen? Es steht immer noch s da, also nicht wirklich besonders viel. So, jetzt ist das Ganze schon mal ein bisschen übersichtlicher geworden. Und jetzt sehen wir hier Lambda s. Also die Klammer hier hinten geht bis hier. So. Jetzt können wir hier das alles einsetzen. Okay. Das heißt, wir nehmen, ach so, ich sollte vielleicht erstmal alles kopieren. Ähm. So. Und jetzt nehmen wir den hinteren Teil und setzen den für s ein. Aber auch für dieses s hier. Denn, ähm, wir haben ja zwei s und wir müssen beide immer einsetzen. Wenn wir mehrmals x in der Gleichung haben in der Mathematik, dann brauchen wir da auch zwei davon. So. Und, äh, ja. Jetzt haben wir hier diese Klammer. Ähm. Also die hier, ich glaube, ich markiere die gerade mal farbig. Das ist die... Na, das kann man, glaube ich, nicht so gut sehen. Ich nehme mal hier rot. So. Das ist eine Klammer. Und das ist eine grüne Klammer. Und hier, also das ist vielleicht auch was, was ihr in der Prüfung machen könnt. Ihr könnt die Klammern unterschiedlich farbig machen. Ähm. So. Hier kann man rot benutzen nochmal. Und das hier ist dann von mir aus blau. Ne, lila. So. Und dann haben wir zu guter Letzt diese Klammer hier. Die ist blau. So. So. Jetzt haben wir das doch ganz, schon ein bisschen übersichtlicher gestaltet. So. Jetzt können wir schauen, ob wir irgendwie weiter reduzieren können. Okay. Also, wir haben hier diese, ähm, rote Klammer, die unser Lambda Z umrahmt. Und hier hinten haben wir doch tatsächlich ein Z. Naja, gut, dann setzen wir das Z doch einfach mal da ein. Gut. Also, wenn wir hier das einfügen in diese rote Klammer, dann passiert das damit. Wir setzen das Z, was ich gerade weggelöscht habe, hier dafür ein. So. Gut. Hier hinten kann man jetzt natürlich nichts mehr weitermachen. Hier haben wir jetzt allerdings noch, ähm, eine grüne Klammer. Die blaue Klammer geht bis hier hin, die können wir nicht machen. Also, aber diese grüne Klammer hier, da steht Lambda Z Punkt S von S Z. So, da setzen wir doch das Z einfach mal ein, ähm, für das Z hier hinten. Das Z, was wir einsetzen, ist das hier. Nein, nur bis dahin, bitte. So. Achso, ähm, ich sollte das vielleicht alles noch in eine neue Zeile schreiben. Das ist auch, äh, nicht zu viele Schritte auf einmal sind, so. Und, ähm, ja, jetzt nehmen wir dieses hier. Nein. Immer diese Hilfen, die keine Hilfen sind. Okay, wir setzen das für dieses Z hier ein und löschen hier das weg. So, und jetzt bin ich erst richtig froh, dass ich hier diese Klammern gemacht habe. Ähm, ja, jetzt sehen wir hier, 2 mal 2 sollte 4 sein. Also, 1, 2, 3, 4. So, was passiert mit diesem Lambda Z? Z, was hier dämlicherweise übersteht. Naja, da passiert gar nichts mit, ähm, denn Lambda Z ist einfach Zero. Also nichts, also passiert da auch nicht wirklich was damit. Wir könnten jetzt hier hinten noch Zero einfügen, die Zahl 0, aber wir können es auch einfach weglassen. So. Und schon sind wir fertig. Und haben rausgefunden, dass 2 mal 2, 4 ist, auch im Lambda-Kalkül. Gut, ja, ähm, ich werde das Ganze hier mal beenden, denn ich glaube, das, ähm, ja, war genug für ein Video. Genug Praxis. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.